In diesem Video erklären wir die Diffusion und behandeln die dazugehörigen Begriffe und Gesetzmäßigkeiten. Zu Beginn gehen wir auf die allgemeine Definition ein. Unter Diffusion versteht man den makroskopischen Materialtransport in festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen infolge der Wärmebewegung der Atome. Dabei handelt es sich immer um die Bewegung einzelner Teilchen, also der Atome und nicht um größere Massen. Die gleichzeitige Bewegung vieler Atome, wie sie in Flüssigkeiten in der Regel vorkommt, z.B. beim Umrühren in einem Farbeimer, wird Konvektion genannt. In der Werkstofftechnik definieren wir die Diffusion noch enger, nämlich als die Bewegung einzelner Atome oder Leerstellen in einem Temperatur- oder Konzentrationsgradienten. Der Diffusion, die umgangssprachlich auch als Wandern von Atomen oder Leerstellen bezeichnet wird, liegt also das Bestreben eines Ausgleichs der Temperatur oder der Konzentration mehrerer Atomsorten oder Leerstellenverteilung zugrunde. Man unterscheidet zwei Arten von Diffusionen, die Selbst- und die Fremddiffusion. Bei der Selbstdiffusion diffundieren nur Atome des gleichen Grundelements, d.h. dass Atome oder Leerstellen in einem rein einatomigen Material lediglich ihre Plätze wechseln. Dieser Prozess muss im Gegensatz zur Fremdiffusion durch Zufuhr von Energie geführt werden. Bei der Fremdiffusion diffundieren Fremde andere Atome ins Material ein. Dies ist ein natürlich ablaufender physikalischer Prozess, er führt mit der Zeit zu der vollständigen Vermischung zweier oder mehrerer Stoffe durch die gleichmäßige Verteilung der beteiligten Teilchen. Dies wird auch als Konzentrationsausgleich bezeichnet. Im Vergleich zur Fremddiffusion kommt es bei der Selbstdiffusion zu keiner Veränderung der Konzentration, daher nur die eigenen Atome ihre Plätze tauschen. Wir merken uns, dass der Unterschied zwischen Konvektion und Diffusion in der Anzahl der bewegten Teilchen liegt. Dabei entsteht Diffusion durch Temperatur- oder Konzentrationsgradienten. Und wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Selbst- und Fremddiffusion.